Der Logistics Summit ist die neue Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation in der Logistik. Hier treffen erfahrene Logistik-Profis auf die digitalen Innovatoren der Branche. Ich habe viele interessante Leute kennengelernt. Alle, die groß sind, sind hier. Super Event. Toller Tag. Viele alte Bekannte wieder getroffen. Es hat Impulse in den Vorträgen bekommen. Tolle Gelegenheit, neue Sachen zu hören. Es ist ein erfrischend neues Konzept. Das Thema Digitalisierung, was uns alle bewegt, wird hier sehr stark in den Fokus gehoben. Und eine unfassbar gute Auswahl an Ausstellern und Gästen, mit denen ich hier bisher Kontakt haben konnte. Wir haben neue Kontakte kennengelernt, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die uns auch wiederum nicht. Und deswegen ist es eine coole Plattform, um zusammenzukommen und spezifisch über Logistik zu sprechen. Uns hat es sehr gut gefallen. Die Kombination aus den Vorträgen und der Ausstellung ist für uns ein Format, was in die Zeit passt. Der Logistik-Summit wird sicher ein fester Bestandteil unseres Event-Kalenders in der Zukunft werden. Die Veranstaltung gefällt mir super. Die Speaker sind wirklich gut. Gute Themen, sehr stimmig, finde ich. Und ich komme gerne wieder. Uns hat es richtig gut gefallen und wir freuen uns schon, wenn wir nächstes Jahr wieder dabei sein können. Super Veranstaltung, tolle Vorschläge, super Podiumsdiskussion, also 1a. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme.